Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schöne Gegend. Lässt sich schon Urlaub machen. Schon klasse. Schmeckt? Hast du da einen Popel hängen oder was? Ist gut, ja. Lüftung anmachen. Oh! Ganz schön stark! Warte mal! Oh ne, das ist so stark! Oh! Warte mal, mach mal! Ja, warte! Guck mal, die andere, ne? Ich bin jetzt in der Stimmung. Ja, da! Ja! So lässt sich das Leben noch! Schönes Wetter! Romantisch! Das ist unheimlich romantisch! Ja! Ja, das ist schon Wetter! Ne! Schau mal, ein Flugzeug! Ja! 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 Ja, das ist schon. Ja! No! Ja! 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 Ein unendliches Leben, ein unendliches Leben nach dem Glück. Mama sagt, du machst das schon, mein Jung, die Welt ist klein. Ich geh hinaus und mach mein Glück, genau so soll es sein. Papa meint, Mensch, guck, sei stark, du weißt, die Welt ist groß. Ehrlich gesagt, wär ich gern wieder klein. Und Mappas Schuss, ein besseres Leben, so was soll es ja geben. Ein unendliches Leben, ein unendliches Leben nach dem Glück. Ein besseres Leben, so was soll es ja geben. So was wie Liebe auf den ersten Blick. Ein menschliches Leben voller Glück. Ja, oh, ja, oh, ja, 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 ja Ja! Ja! Warte! Ja! 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 Oh, da kam noch ein Spritzer. Wie verrückt denn? Traumurlaub! Schöner Traumurlaub! Schöner Traumurlaub! Schöner Traumurlaub! Schöner Traumurlaub! Schöner Traumurlaub, ja! Schöner Traumurlaub, ja! Schöner, oh! Schöne Gegend hier auch! Schöne Gegend, ja! Das sag ich dir, ja! Ich bin jetzt wieder vom Urlaub zurück. Frau ist gerade mal einkaufen, wa? Kannst du mal vorbeikommen oder so? Was ist das Haus hier? Tag, Mann! Tschüss! Ihr frische Bohnen, schön matschig Brot, bisschen Senf, so! Das alles bisschen vermanschen! So! Oh, lecker! Lecker? Ja, weg da! Oh, Mann! Da muss die Frau hier hinter mir stehen! Oh, eine Scheiße ist das! So! Kalt, Kalt. Kalt, Schale! Mhhh! Lecker! Besteck? Ja! Eine Serviette brauchst du auch noch, Lecker ist doch immer! So! Hm. Sieht lecker aus, oder was? Ja, ja! Warte, du brauchst doch noch eine Serviette hier! Nöööööö! Ja, doch. Nö. So. Lass es dir schmecken. Mmh. Lecker. Ja. Kannst du mal rausbrauchen. Ruhe. Ja. Oh, Mann. Nie kocht er für mich. Mmh. Gut. Schmeckt lecker, ja? Ja. Brauchen wir was zu trinken? Weiter. Ein Bier. Was für ein Bier? Warum nicht? Ein Schluck Wasser. Wasser. Mhm. Danke. Bitte. Mh. Mh. Bitte. Mh. Bist du Frieden noch? Mh. 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 Mh.